So, boah, also 2,2 Billionen sind das, ja, also wer 12 Nullen hat, ja, hat einfach mal eine Billion, ja, ich habe jetzt 2 Billionen virtuelles, keine Ahnung was, Geld, ja, soviel würde niemals jemand wirklich besitzen, also, genau, ja, das ist nicht die Realität hier, aber egal, wir machen auf jeden Fall weiter, ja, all in, es geht weiter, bitteschön. So. Kollekt, ja, 2,2. Awesome, ja, wir machen weiter, komm schon. Level up, level up, das nimmt gar kein Ende hier. New game. Ja, boah, wir sind schon auf level 200 gleich, unglaublich, da war es fast, 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 ganz knapp wieder, ganz, ganz knapp, auch wieder ganz knapp, habt ihr es gesehen, diese Spin-Symbole sind, äh, deutlich sichtbar, zur Hälfte jedenfalls, die sind ganz schön viel unterwegs hier, die Symbole sehe ich andauernd. Ja, krass, 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 bis jetzt geht's noch, ich meine, äh, ja, das, die Verluste halten sich noch in Grenzen, aber das sieht nach, also noch, also noch 20 Spins, und dann ist das Spiel vorbei, hoffen wir mal, dass, dass sich noch was tut, bis dahin, weil, äh, sonst wird das hier nix mehr mit und Casino und was weiß ich was. Tja, wir können, wir dürfen gespannt sein, was hier noch passiert, aber bis jetzt passiert echt nicht viel, also, Fortuna ist momentan nicht auf meiner Seite. Oh, da war es doch. Eieiei, bitter bitter. Da war es wieder. Schade, schade, schade. Ja, gleich haben wir schon, äh, Billionen wieder raus, äh, rausgeschmissen. Für nix. Noch dreimal drehen. Und dann hätten wir die Billionen, die wir ausgegeben hätten. Noch zweimal. Ne, wir haben ja bei 2,2 angefangen. Das muss man ja schon so festhalten. Jetzt haben wir gleich nur noch 1,2. Gleich. Ja, zumindest sind wir schon mal ein Level, ja, 138. Ich glaube, boah, das geht ja richtig schnell. Haben wir nicht mit 150 angefangen? Boah, krass. Ja, aber wir gewinnen einfach nichts. Ne, das ist das Problem, ja. Jetzt haben wir 1,3 Billionen. Wenn jetzt nicht noch irgendein Wunder geschieht, dann, äh, das sieht momentan nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das ist cool, das Spiel, Billionaire. Billionaire. Das ist cool, das Spiel. Billionaire. Oh, man. Ah, da war es doch. Mensch. Bitter, bitter, bitter. Also, es muss echt ein Wunder passieren. Also, äh, wir besitzen nur noch 1 Billion. Haha. Nur noch. So. Ist das das Ende? Ach, ja. Ich gewinne einfach nichts mehr. Krass. Ja, Level up, Level up, Level up. Das ist das Einzige, was hier passiert. Aber, was ist mit Money up? Nothing. Nichts passiert, ja. Kein Bonus, kein... Nichts. Einfach, ähm, sehr frustrierend drin, muss man sagen. Da war es doch. Ach, das gibt es doch nicht, ey. Man gönnt mir also nichts mehr. Okay. Ich spiele bis zum bitteren Ende. Da. Aber das reicht nicht mehr. Ich meine, was werde ich bekommen? Mal 10, mal 16. Höchstens mal 20. Das ist doch immer so. Nein. Nein. Okay. Okay, alles klar. Alles klar, alles klar. Okay, Leute. Ich hab's geschafft. Ich hab's... Ey. Ich hab wirklich... Ich bin kurz davor aufzugeben, aber... Oh. Okay. Leute. 4,4 Billionen. Nehme ich. Nehme ich. Das ist so krass, das Video. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, das wird das letzte Video sein. Aber es ist genau das Gegenteil. Und, ähm, ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ähm, es geht auf jeden Fall weiter. Bis zum nächsten Mal. Und abonniert diesen Kanal. Das hab ich jetzt verdient. Durch diese Aktion, Leute. Schaut's euch weiter an. Bis zum nächsten Mal.